Hallo meine lieben Freunde, während diesem Video möchtet ihr euch noch weitere nette Raffinessen von Windows 11 euch zeigen. Let's go! Was ich euch auch ganz gerne empfehle, dass ihr von Windows 11 am besten das OneDrive verwendet. Doppelgelegt auf das Wolken-Symbol da und dann könnt ihr auch die Dateien, die ihr habt, auch so zwischenlagern. Das ist halt praktisch, um euch Speichersatz zu sparen. Oder als Speicher-Dateien eine Backup-Datei zu haben, auch praktisch. Dann gehen wir mal noch in die netten Einstellungen. Was ich euch ja auch ganz gerne zeigen möchte, ist den Konten. Da könnt ihr auch, ähm, ich momentan habe, dass ihr zwischen, also beim Anfang könnt ihr auch sogar, die, die bisher ein, ähm, lokales Konto hatten, ähm, hatten, können auch lieber bei der Windows 11 Installation, aber zwangsläufig, ähm, auf Microsoft Konto, Online Konto verwenden müssen, dann können wir im Bereich Konten, zurück wechseln auf lokales Konto. Von daher, dann praktisch. Boah! Und wenn man, ähm, möchte kann man, das ist ja auch ein, auch prima, netter Vorteil, dass man dann zwischen den zwei Konten hin und her wechseln kann. Ganz wenn, möchte. Cool. Wenn man mal eben zum Online Konto wechseln möchte, kann man auch anmelden, dann kann man, zack, bumm, wieder zum Online Konto gehen, oder wenn man wieder zu seinem lokalen Konto zurückkehren möchte, auch wieder zurück zum, äh, lokalen Konto wechseln. Total praktisch. Genau. Wollte ich auch an dieser Stelle zeigen. Genau. Gute Sachen. Genau. Guff. Und dann. Äh, auch auf Grundreif. Genau. Von da aus auch drauf zugreifen. Praktischerweise. Wir sind nebenbei. So. Ähm. So. 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 Startseite. Und dann. Jo. So. So. Das, wo ich eben vorangange, wie die euch schon von erzählt, aber, oder weise. Bitte. Ja. Ähm. Office. Wo die da anbieten. braucht ihr im Prinzip nicht. Na. Können. Das. Also. Das Office-Träger dann zum Beispiel können wir. Ne. Ne. Sampleisen. Braucht ihr nicht. Verwendet lieber den. Wie so neben vorangang im Video schon erzählt und doch gezeigt. Lieber, ähm. das LibreOffice. LibreOffice. Dann habt ihr viel mehr von LibreOffice dann habt ihr da auch alles was ihr braucht Tabellenkalkulation Impress Base Datenbank oder die Verwendet lieber LibreOffice kostenlos und vor allen Dingen modern und schnell und wie gesagt kostenlos und ihr braucht kein Microsoft Konto oder 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 dann könnt ihr auch die Systemeinstellungen bei Bildschirmen den Nachtmodus an- und aushalten dann dann die 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 unter oder die 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 Bei dem Bildschirm erweiterte Anzeige, da empfehle ich euch, geht auf die höchste Herzzahl von eurem Monitor, genau, so, ähm, wo es jetzt nicht richtig verschwindet, mehr Energie zwar, aber, also die Mühe wehrt, weil das ein viel besseres Bild, genau, und von dem, also, ganz klar angezeigt, genug gezeigt, praktisch also, so, genau, ist dabei gratig, dann die Höhung für Fensterspiele, egal, so, schon praktisch, ja, Gemälde, Glück zum System, ähm, und hier könnt ihr den aktivieren, könnt ihr auch prüfen auf euer Windows 11, in meinem Fall, äh, Windows 11, 24H2, äh, aktiviert, sozusagen, meins ist aktiviert, aber wenn ihr ein anderes Windows haben wollt, könnt ihr natürlich dann, den Produkt hier ändern, dann, dann, dann müsst ihr die, die entsprechende Lizenz, hat ihn bei euch ändern, also, naja, bis hier im Set überlassen, also, ich benutze ja Windows 11 Pro, wie ihr seht, ich benutze gern Windows Windows 11 Pro, so, ich zeige euch mal, hm, Speicher, und dann macht ihr die Speicheroptimierung auch an, schalten, so, ich würde sie auch regelmäßig tun, und dann, da, von der Zwischenablage, ähm, da empfehle ich euch, schaltet den Zwischenablageverlauf lieber auf an, da wird so praktisch, um mit dem, Texte oder Bilder und so weiter, ähm, mal zwischenzulagern, und wenn ihr bei Textverarbeitung was arbeiten tut, genau, also, wenn ihr dann mit der, eure, mit eurem Text fertig seid, und so, empfehle ich euch, dann dann, du darfst natürlich, ab Lager, dann wieder reinigen, oder auch löschen, klicken, da, hoch, genau, genau, dann können wir eben noch, spontan, weil ich mal zeigen möchte, ist wieder Systemsteuerung, die, ähm, so viel Leistung wie möglich aus eurem System rausholen, weil, weil wir ja, 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 dann, womit wir ja, weil wir ja, weil wir ja, wo emphas nicht so hoch하신ät haben, mein haben, dann geht ihr auf Änderungen speichern, bam, so, dann geht ihr noch da noch, ja, bei den Systemeinstellungen, da ja diese Brücke noch ausgegraut ist, da klickt ihr auf einige Einschätungen, dann sind sie doch aktiv, und da empfehle ich euch den Schnellstart auszuschalten, weil vom Geschwindigkeitsvorteil merkt man nicht so wirklich, merkt man nicht, weil wenn man ohnehin so ein schnelles System part, also ohnehin eine schnelle Festplatte, dann merkt man den Unterschied eigentlich gar nicht, genau, genau, dann drücken wir das Netz, weil das könnt ihr auch vorher fahren, machen das gerne, und bei der Energiespanne falls vorhanden wir das Energiespanne so viel selbst verlassen, genau, da bin ich jetzt, so, dann auch noch, zeigen wir still auch, sinnvoll und auch praktisch, wie da gehen wir und dann haben wir da wieder so berühmte Eingabeaufforderungen, öffnen diese als Administrator, CD, ich weiß nicht, das ist MRT, kennt ihr bereits von, aber es gibt noch einen netten, praktischen Befehl, um die Systemdateien zu prüfen, mit dem Befehl, SFC, 31 freilassen, querstrich, so, und Eingabetaste, solltet ihr auch mal regelmäßig machen, damit euer Windows immer schön rund läuft, und alles safe ist. Genau, und damit auch den blauen Blick. Befehl, 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 Be Auf jeden Fall ist es auch praktisch, dass euer Skin immer schön rund läuft und auch safe ist. Genau. Könnte ich euch auch nur empfehlen, für den Gewinn, den ihr abwenden macht. So. Okay. Gut. Das ist in Ordnung. Und falls bei euch was anderes steht, dann gebt ihr den Befehl dann nochmal ein. Wenn der SFC-Befehl alle Systemdateien repariert hat und als Sicherheitshelfer dann nochmal. Dann müsste das Relle bestehen wie bei mir dann. Genau. Exit. Genau. Ähm. Genau. So. So. Gehen wir jetzt mal in die Einstellungen. Mal eine Runde. Gehen wir in die Personalisierung. auch schönes Thema. Auch schönes Thema. So. Hintergrund. Da könnt ihr dann auch den Ordner aussuchen, aus dem die Hintergrundbilder wie bei mir so ausgebildet werden sollen. auch praktisch. Ähm. Gucken wir mal halt eben bei Kontrast und Designs. Entweder die Kontraste einstellen. So wie ihr es haben wollt. Und hier die Designs. Genau. Und hier die Desktop-Symboleinstellungen. Falls ihr die hier gesucht habt, die sind in Personalisierung und Designs. Ähm. Ich muss zugeben, an dieser Stelle, anfangs wie ich es noch nicht gewusst habe, würde ich mich auch nicht mehrmals reinfuchsen. Aber ich bin froh, dass ich es in der Personalisierung und Designs gefunden habe. Und somit wieder das so wie ich es gewöhnt bin. Einzelnen wollen wir. Hm. Lulig. So. Ähm. Dann fehlen ich euch mal da. Nächsten bei Computer, Benusserdateien, Netzwerk, Papierkopf für Fingsteuerung. Mh. Ja. Eine Empfehlung von mir an euch. Damit macht ihr es euch viel einfacher. Ben. Genau. So. Jetzt machen wir weiter Ben. So ein Erlebnis. So ein Erlebnis. Jetzt kommen wir bei Farben. Und da können wir den Modus auswählen. Aus wählen. Aus wählen. Genau. Nun. Und dadurch ist das wo wir, was ich war. Hehehehehehehehehehehehehe. Ehm. Hehehehehehe. So hier könnte man das als hell oder dunkel aussehen, doch… So du bist 돌 dunkel. Ohhhhu... Also ich mag ja rumfahren und kann es ganz gerne hell gerne. Oder wenn ihr benutze definiert, dann könnt ihr den Windows Modus mit hell und bei NetApps auch dunkel oder bald hell so. Ganz wie euch beliebt. Gute Sache. Windows 10 und Windows 11, vorzugsweise Windows 11 ist etwas hochgradig und anpassungsfähig. Das ist halt praktisch. So, dann kommt noch hell wieder. So. So. Transparenz-Effekte empfehle ich euch auch an, um euer Windows schöner zu machen. So. Die Akzentfarbe. Ihr könnt euch aber eine Farbe auswählen. Also wenn ihr das auch mal noch hell machen wollt. Aber ich mag auch gerne auf automatische. Da muss ich Windows sicher bald eine Farbe aussuchen, die dazu passt. Genau auch automatisch. Ach da. Jeder wie er mag. Genau. So. 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 So ein bisschen weiter. Bei dynamischer Beleuchtung. Die hat eben noch irgendwelche netten Modifizierungen in ihrem Gerät haben. Ich wünsche. Ähm. Muss man leicht scherzhaft sagen. Irgendwelches Bling Bling in ihrem Gerät verbaut haben. Mit Farben. Dann könnt ihr natürlich auch. hier einstellen. Neuesten. Hat Microsoft. Äh. In Windows 11. 24K2 dann da jetzt. Ähm. Mit einprogrammiert. Genau. In der Grundlichtsteuerung. Und praktisch. Auch an dieser Stelle. Lob an Microsoft. So. Bam 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 bam. So. Dann gehen wir mal beim Sperrbildschirm. Da könnt ihr die Diage oder die Windows-Dekoman. Und bei Texteingaben. Da könnt ihr auch wieder. Ähm. Eure. Ähm. Bindschirm-Tassatur. Wenn ihr das euch machen wollt. Euch da. Benutzer definiert. Einstellen. Dass ihr lustig seid. Genau. Ach. Witter. Ähm. Demnächst kommt dann neuere Tassaturen. Demnächst kommt dann neuere Tassaturen. Da wird auch dann. Die. Wie hier geschrieben steht. Die. Die. Berühmte. Noch nicht berühmte. Aber demnächst berühmte. Nein. Äh. Berühmte. Co-Pilot Tassaturen zu finden sein. Da könnt ihr euch bei euch aussuchen. Trotzdem. Wir können suchen. Einen Co-Pilot. Auch da wieder. Denn unsere Deziniert kann. Ihr lustig seid. So. Jo. Dann gehen wir noch bei den. Eingabeeinstellungen. Ähm. Jo. Da empfehle ich euch. Macht die Textvorschläge auch an. Mehrsprachige Textvorschläge auch auf an. Rechtschriftfehler automatisch korrigieren. Auch auf an. Ich glaube. Hat die auch schon mal ab und über vertippt. Mit Windows 11. 14. H2. Mit Windows 11. Erweiter auch. Für euch korrigieren kann. Auch auf an. Genau. So. wird man praktisch. Nur hier diese Bildschirmtaffektur. Das bezieht man ja. Mit den praktischen. Ach. Mit den praktischen. Sprachleisten. Optionen. Leicht. Ah doch. Ja. 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 Moin. Könnt ihr auch da. An. Einstellen. Ganz wie ihr. Wollt. Ja. Guckt mal. Wenn ihr. So wie es haben will. Wie es ja auch gerade. Und dann wieder. Wieder. In dieser Sinne. Jeder wie er mag. Und dann wieder. Wobei man ja jetzt auch. Wieder bei Zeiten. Sprach. Wo sie so schön sind. Auch wieder. Anpassen. Kann ich auch wieder. Zeit. Äh. Empfiehlt. Nachdem. Wo ihr gerade. Seht aus. Da. Und so schön. Auch jetzt. Schön. So, damit es schön synchron ist, wird derzeit schon ruhig reine Zeit. Jo! So! Ihr könnt natürlich auch hier euch alles schön schick einstellen. Auch da natürlich alles wunderbar einstellbar. So, jetzt sehen wir uns den Start. Und das auch jetzt seit Windows 11 24 H2. Da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr mehr angeheftete Elemente oder Standard oder mehr Empfehlungen habt. Ich habe es auf Standard gelassen. Genau. So. Dann bei den Ordneter empfehle ich euch, wenn ihr es euch ein bisschen vereinfachen wollt. So. 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 Das ist auch eine Empfehlung von mir an euch. Das sind die verschiedensten Schriftarten. Dann könnt ihr auch, wenn ihr aus dem Internet euch Schriften anladen tut, könnt ihr hierüber dann auch installieren. Dann die Geräteverwendung, je nachdem was ihr im Speziellen macht, könnt ihr auch da Windows wieder ganz persönlich speziell für euch einstellen. Und dann könnt ihr doch Windows entsprechend auch die Möglichkeiten euch anbieten und euch supporten, also unterstützen. Genau. Cool. So, jetzt gehen wir mal bei den Apps weiter. Ähm, ja. Jetzt gehen wir mal bei Incidated Apps. So. Ja, und das auch ja praktisch ist, ja. Ähm, ja hier könnt ihr auch dann, wenn ihr irgendwelche Apps habt, die ihr nicht mehr wollt, könnt ihr dann über, ähm, die berühmten drei Punkte, dann könnt ihr sie auch, ähm, auch die installieren, wenn ihr bestimmte Apps nicht mehr haben wollt. Genau. Und dann können wir auch mal bei den beiden reinstellen. Äh, 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 äh. Äh, äh, ähm, äh, 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 äh. Äh, äh. ist ja, man kann sich jederzeit wieder sich aus dem Microsoft Store wieder neu anladen. Wer oben Speicherplatz sparen, wer Duschen ist oder vielen, was sind die verwendet bisher? Genau. Was ich auch an dieser Stelle empfehlen möchte ist, für alle diejenigen unter euch, die einen Scanner haben, da empfehle ich euch jedes Mal in den Microsoft Store und dann leitet euch einfach die Scanner App runter. In dem Fall Windows Scanner, die sind auch kostenlos, halt praktisch und auch total einfach zu bedienen, wie in dem Screenshot zu sehen ist. Und so wie es Sinn ist in dem Screenshot, so ist es auch schon praktisch. Ich kann euch lieber noch zeigen. So. 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 Mach nix. Na da kommt auch ma vor. So. Macht nix. Bei euch dürfte es da ohne Probleme laufen. So, ähm, jetzt haben wir ja weiter im Text. Ähm, mal gucken. Xbox, äh, Xbox Live. So. Ach, genau, ja. Spielen durch die Game Bar. Und da dann einstellen. So. Auf jeden Fall, das war vorhin ein kurzer Vorführungseffekt. Gibt's auch manchmal. Äh, okay, dann. Jo, dann die Bildschirmausrichtung, je nachdem wie rum ihr euren Monitor habt. Also, sie haben im Querformat. Im Hochformat gibt's auch nämlich. Und ja, sie sind auch. Also, alles wunderbar anpassungsfähig. Einfach wunderbar. Oder für die, die mehrere Bildschirme haben. Könnt ihr das hier natürlich dann einstellen. Und dann ein bisschen mehr drin. Ich hab nur ein Monitor. Ich hab nur ein Monitor. Wurde kein, weiterer Bildschirmausrichtung. Also, ich hab ja, ich hab nur ein Monitor. Von daher reicht ja auch völlig. Und dann könnt ihr den natürlich auch skalieren. auch wunderbare und gute Sachen. Ja. So. Jetzt mal die Barrierefreiheit. Auch praktisch. Textgröße. Da könnt ihr, ähm, je nachdem wie, wie es um, wie es um, wie es um eure Augen bestellt ist. Ich hab's auch auf 102 schon bei mir gestellt. Weil's, wie ihr aus meinen älteren Videos von, so sehen hab, hab ich schon ab und so mal ne Lieseprille gesehen. Hab schon auch bei mir auf 102 gestellt. Genau. Ja, das ist doch nicht wieder. klar... Sieht sich bestimmt auch aus aus meinen älteren Videos. Und mit meiner lese Brille. doch und die kauf zum Glück noch nicht wirklich noch nicht wirklich ein Jahr auch da praktisch auch da wunderbar hochprozentig Bildschirm und Schriftgröße frei einstellbar von 100 ist normale Größe und dann noch etwas pure bis ins so, megakon oi lel so, aber es wäre einfach für mich reicht mit genau das macht es ein bisschen angenehmer so 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 alles in Ordnung dann gibt es natürlich auch die Bildschirmlupe für alle die eine Lupe brauchen auch praktisch für alle die die echt Schwierigkeiten haben ähm ähm Windows Elemente an ihrem Bildschirm zu sehen die Schwierigkeiten haben zu erkennen das wäre die Bildschirmlupe genau genau und natürlich auch den Farbfilter und so Windows ist auch also Windows ist auch für die Menschen wunderbar einstellbar für Menschen die irgendeine körperliche Beeinträchtigung haben also sprich vom Sehen her oder vom so praktisch also Windows Windows 11 ist für alle da egal ob man beeinträchtigt ist oder nicht also Windows ist für alle da bunt ist da bunt ist da und granatenstark volle keine Horschis und auch da bunt ist da und granatenstark volle keine Horschis stimmt auch da uff und nebenbei am Rande hehehehe so ok weiter gehts dann dann kann man natürlich aber auch ähm ähm vom Sehen noch die Sprachausgabe sich aktivieren dann liest Windows einem die Elemente vor die man anklickt gute Sache schon praktisch und ähm dafür hat auch Microsoft auch viele verschiedene Stimmen vorgegeben eine Frauenstimme auswählen oder die oder Männerstimme also Jungstimme aber ich mach das wenns mal irgendwann mal Frauen sollte also wenn ich mal irgendwann mal Frauen sollte überhaupt ich würde ja eine Frauenstimme bevorzugen das macht dann meist nicht Spaß das gefällt mir am besten weil ich hab schon mal getestet schon mal also die Frauenstimme gefällt mir am besten von Windows aus natürlich stimmen Hallo mein Irmö ist Conner ich bin eine hochfertige Sprachschirme die sie für ihr Bildschirmlese bedürfnisse mit einem eindeutig mal gucken ob es auch andere Sprachen gibt mal gucken im Kerl war das eindeutig auf Deutsch natürlich ja man kennt aber wie gesagt ich mag lieber Katja Katja genau so jetzt gehen wir mal in die Systemsteuerung dort gehen wir mal eben in Sound so dann möchte ich auch da wieder paar Knüffel euch zeigen paar Tipps und Tricks Knüffel da wie das auch da was verbessern kann wie ihr da das Maximum an Leistung raus holen könnt so wie das mal euer Gerät raus so dann gehen wir auf Eigenschaften noch Eigenschaften und dann ähm auf erweitert und dann geht ihr auf das höchste was ihr machen könnt also bei meinem zum Beispiel 24 Bit 192.000 volle Qualität volle Power so 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 Tastatur, auch wichtig, macht ihr bei Verzögerung auf kurz und auf Wiederholrate auch aufs höchste. Und dann bestätigt das Ganze mit OK. Ein guter Punkt, Wiederherstellung. Auch ob es immer praktisch die Systemwiederherstellung konfigurieren. Dann empfehle ich euch, dass ihr regelmäßig auch, wenn euer System rund läuft, macht euch ein Wiederherstellungspunkt. Und da könnt ihr bei dem auch konfigurieren. Ein prozent reicht völlig. Jetzt wird ihr auch noch genug Sprecherplatz habt für eure anderen Programme. So. So. Jetzt sind wir noch bei Internetoptionen. Die Seite unter vermittel bis hoch einstellen. Alles wunderbar einstellbar. Dann natürlich Datenschutz. Dann sind wir die Inhalte. So. Dann bei Barrierefreiheit. Also. Und alles wunderbar einstellen. Ganz viel, was es braucht. Übrigens, seit neuestem sogar jetzt auch seit ab Windows 11. 1234K 12V 2. Netzwerterzweig. Werstrich minus 11 jetzt, wie ich schaff, minus 11. 24Kzweig ist TLS 1.3. 12 und 1.3 jetzt. Standard. estableisiert eingestellt. Genau. Sollte die Ihrer besten auch so anlassen, am besten. Genau. Sollte Ihre besten auch so anlassen, am besten. Und dann dieses Netzwerk- und Freigabe-Center, dann die Finder Firewall, ich bin halt unter Wartung. Da könnt ihr auch von Windows auch, euer Windows pflegen lassen, wenn ihr wollt. Auch ein bisschen praktisch. So, ähm, ja, jetzt gucken wir nochmal zu unserem Gerätemanager. So. Dann geht jetzt nochmal zu eurem Netzwerk-Adapter. Eigenschaften. Da empfehle ich euch, auch schon in einem meiner älteren Videos schon mal gezeigt habe, aber ich zeig es in diesem Video gerne noch einmal. Die Geschwindigkeit und Duplex, auch auf das höchste, auf Gigabit, die ihr da volle Power habt und ja, die ihr da auch immer schön volle Power habt. Und Geschwindigkeit und Akkusparoption schön schick auf Aus geschaltet lassen. Ähm, wenn ihr vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks habt, ab wie man die Internetleistung steigern kann für noch mehr Geschwindigkeit. Ähm, könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben. Wie man die Internetleistung noch weiter steigern kann, dürft ihr mir auch gerne schreiben. So, Energieverwaltung. Da empfehle ich euch auch möglichst die aktuellsten Treiber zu verwenden. So, bam. So, ich habe eine Grafikkarte Dredon RX 550 Sperrschiff 550 Serien. So, ich habe eine Grafikkarte Dredon RX 550 Serien. Wir sprechen von ... Genau, wir gehen noch mal in die Einstellungen. Barrierefreiheit, da wollt ihr euch noch Mauszeiger und Touch-Eingabe, so, jo, da könnt ihr eure Maus auch so wie ich, ja, auch ganz wie ihr wollt, also ich mag momentan gerne ja Blau, gerne, und dann könnt ihr eure Maus schön wohl machen und dann hab ich auf 3 und dann bin ich ganz, ganz groß, voll groß, gleich Spaß am Rande von mir, so, ne auf 3 auf 3 reicht schon völlig, aber Luskas trotzdem mal eben gerade, so, okay, weiter, wieder, Concentration, so, wir wollen ja lieber vernünftig bleiben, ja, so, so, hier ist mein Textcursor, so, was ja auch ab und an ja, ähm, praktisch ist, dass ihr den Textcursor, ähm, auch da, der Textindikator ist, ähm, nennst mal, nennst mal, nennst mal, nennst mal, nennst mal, so, ich hab, ich hab, ich war Kassel mal, nennst mal den, hab ich den, hab ich den, hab ich den ganz vergessen, ne, ne, sorry, Leute, cäme auch so, ne, wie, ähm, nennst mal, nennst mal, äh, jade, die oberen, ähm, die oberen, äh, die oberen, zeichen da, da ist auch auf 3, momentan, da könnt ihr auch, auch ganz, ganz groß machen, wie ihr wollt, aber auch auf 3 geliebt, auch völlig, Und dann können wir natürlich von der Textcursorbreite, wenn der Textcursor ist, dass er dann so hier immer so schön klinkt. Da wir vorhin ja den Textcursorindikator angeschaltet haben, sieht man ja den Indikator hier gerade eben. So weiß ich eben als Live-Action-Server. Nee, brauch ich momentan nicht. Kann ich von da aushalten. Ja, brauch ich momentan nicht. Aber nur eben für die Menschen, die Hilfe brauchen bei sowas, um den Cursor besser zu sehen, ist das schon praktisch. So. So, aber jetzt gehen wir weiter. Also, bei Textcursorbreite kann man sehen, wie breit ihr den Cursor angeschaltet habt. Ich habe zum Teil auf 2 momentan. Ja, auch so ganz nah auf 20. Aber da reicht auch 2 bis 3. Ja, also. Hm. Für mich reicht 2 völlig. Wie 4 jedenfalls. Wie weiß ich es, wenn ihr zugehört habt, ihr geht von den Augen her. Mit bezunehmendem Alter. Naja. Weil ihr wisst ja, ich bin schon. Naja. Schon. Schon 43. Hm. 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 Ja, da, da, da. So. Boom, boom, boom. Ach ganz genau. Hm. Ich vergab hätte. Auch praktisch. Für Menschen, die ein Hörgerät haben, gibt es ja auch seit neuestem, ja, da empfehle ich euch, wenn ihr ein Hörgerät, dann kauft euch ein Hörgerät mit Bluetooth, dann müsst ihr euch auch entsprechend für die halt eben einen Bluetooth-Adapter, äh, Bluetooth-Adapter euch noch ankaufen, damit ihr es mit Windows schön verbinden könnt. Genau. Und praktisch. Und dann, Genau, bei Audio So, schon praktisch. Auch für die, die Hörschwierigkeiten haben, können wir natürlich, das hier natürlich aktivieren, die Hörschwierigkeiten haben. Und dann, die Hörschwierigkeiten haben. Und dann, die Hörschwierigkeiten haben. Also, so wie ich es verängstwert haben kann, alles perfekt. Auch da wieder, für die Maus auch wieder, ist wieder auch sehr viele Möglichkeiten. Und dann, wie gesagt, die berühmte Tastatur-Maus, die es auf eurer... Tastatur-Maus ist bei eurem, ähm, Ohne die Tastatur-Maus ist, genau. Bei dem Blöck, ähm, bei dem Blöck, ähm... Bei dem Blöck ist die Tastatur-Maus zu finden. Genau. Und natürlich wieder eine Mauswäger, weil das Thema nur vorhin schon beim Wagen geht. Und dann gibt es natürlich eine Augensteuerung, weil wir auch eine entsprechende Webcam haben. Und nur einen Eye-Tracker, wie die von Microsoft das nennen. Also sprich für die Menschen, die halt eben Schwierigkeiten mit ihren Armen haben. Die können doch eben mit ihren Augenhälen dafür steuern. Microsoft denkt eben an alles. Schon praktisch. Und auch dann gar nicht an Microsoft. So. 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 Sicherheit öffnen. Okay. Auf der brauche ich auch. Das weiß ich auch nicht. Da ist meine Reise mittlerweile schon. weil Opera ist sicher genug und bei Viren und Bedrohungsschutz, ihr könnt auch schnell schnell Überprüfung machen und auch wenn eine ganz kleine Überprüfung, da könnt ihr auch überprüfen, anbei, auch kann man von Microsoft Defender Antibus die Offline-Überprüfung, wenn man möchte, kann man dann, wenn der Rechner neu startet, wenn man auch jetzt überprüfen klickt und dann neu startet, dann wird, bevor Windows hochfährt, wird nur ein Scan gemacht. Genau. Und auch praktisch. Ein Kontoschutz. Genau. Das ist das, was ich euch auch mal eben an dieser Ecke zeigen möchte. Da geht ihr auf Konten, dann habt ihr eben ihre Infos und dann könnt ihr zwischen lokalem Konto oder Microsoft Konto wechseln, ganz wie ihr lustig seid. Also, das ist auch einer der Vorteile, wenn man, ähm, wenn man vorher ein lokales Konto hatte. Und dann, ähm, während der Installation hat eben sich zwangsläufig hat eben im Microsoft Konto anmelden musste. Aber man kann bei Konten ihre Infos dann zurück wechseln auf lokales Konto. Gute Sache. Und praktisch. Ganz genau. Dann, in dieser Stelle, Microsoft ausgetrickst. Und, man kann es auch, auch, auch als, ähm, wie sagt man, würde ich es nicht wegnehmen. Aber, aber vielleicht auch an dieser Stelle wird doch auch Microsoft auch loben. Danke Microsoft, dass man zwischen lokalem Konto und Microsoft Konto wählen kann. Danke Microsoft an dieser Stelle. Die von euch. Und küsse dein Auge. Und küsse dein Verständnis dafür. Also, ich, ich tue gerne ein lokales Konto benutzen. Ähm, und ich hoffe, äh, dass man auch in Zukunft noch, ähm, weiterhin wählen kann zwischen einem Microsoft Konto und einem lokalen Konto. Also, äh, ich benutze gerne ein lokales Konto. Genau. Ein lokales Konto von Windows. Richtig. Genau. Die Sichterkennung, Windows Hello, oder Fingerabdruck, äh, Windows, äh, äh, oder bei Pin, oder bei Pin, okay, das, ähm, kann man natürlich auch, bei Pin empfehle ich euch, bei Pin empfehle ich euch, dass ihr da halt eben den Pin verwendet, den ihr bei eurer Bankverbindung verwendet. Das war sogar Geheimtyp von mir an euch, damit ihr euch, damit ihr euch nicht allzu viele Zahlen merken müsst. Ja, посмотрим. Oder wer den lebt in die? Wir rollen euch auch nurr, das ist gut, Schός und亲. Und alle fängt. Leute, wir wollen euch jetzt wieder viel nach. Egal, unsere Metah Cornell, aber wir wollen euch jetzt. So, genau, bei der Propsbehandlung, bei der Propsbehandlung, wenn man alles schön sich von Windows helfen kann. Windows tut auch gerne helfen, wenn man irgendwelche technischen Schwierigkeiten hat. Schon praktisch. Also ich finde, Windows ist das beste Betriebssystem, wo ich kenne. Windows 11, 24 K2 finde ich echt super. Daumen hoch an Microsoft. Danke Microsoft. Also ich finde, euer Windows ist super, Microsoft. Genau. So. Mal gucken. So. So stimmt ja richtig. Stimmt ja. Da waren wir noch zuletzt gewesen. Stimmt ja. Hopp. Hoppala. So. Jetzt gehen wir noch weiter bei Firewall und Netzwerkschutz. App und Untersteuerung. So. Gerätesicherheit. Genau. Da hast du ja auch drauf, dass euer Gerät TPM besitzt. Gerätelettung und Integrität. Gerätelettung und Integrität. Familienoption. Also alles da. So. 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 Ich mag es immer so. Damit ich genau weiß, was hier was ist. Mir lieber. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ciao.